... Balljongleur. Cassidy ist ein arbeitsloser Fischer. Seine Ballkünste haben ihm jetzt aber einen Job in Dubai verschafft. Timo Michael. Er ist vielleicht der letzte echte Straßenfußballer Europas. Auch wenn Andrew Cassidy ein paar Minuten zu viel mit sich rumschleppt, der Ball ist sein bester Freund, seit er sich nach einem Schicksalsschlag täglich dem runden Leder widmet. Ein Freund von mir, mein Mitbewohner, ist vor kurzem gestorben und ich musste die Trauer verarbeiten. Außerdem wollte ich...